Am Montagabend, kurz vor 21 Uhr, wollte ein Pkw-Fahrer mit seinem BMW von einem Tankstellengelände auf die Untermühlaustraße einfahren. Hierbei übersah der 53-jährige Fahrer einen in Richtung Innenstadt fahrenden VW und stieß mit diesem zusammen. Der BMW wurde nach dem Aufprall gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter geschleudert. Der VW des 40-jährigen Fahrers kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Untermühlaustraße war zur Unfallaufnahme zwischen Pyramidenstraße und Hansastraße bis 23.40 Uhr vollgesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt. Untertitelung des ZDF, 2020